Musik Das war's für heute. Ja, ja. Wahrscheinlich hier auch jetzt mal so eine kleine Lade machen von mir. Toll! Dann kriegen wir es wenigstens gleich mit, wenn sie blöd machen. Wiener! 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 Und anders tun sie. Ja, das eskaliert immer, wenn das so wieder geht. Zelt werde geräumt. Hör mal schon mal, Corona sitzt am Zelt. Buchen Sie den guten Hals schon? Buuuuuuu! Buuuuuuu! Buuuuuuu!! Buuuuuuu!! Schande! Schande! Buuuuu!! TREAKEN! TREAKEN! BUHHH! BUHHHH! TREAKEN! BUHHH! BUHHH! Oh, 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 oh! Schämt euch, schämt euch! Schämt euch, schämt euch! Schließt euch an! 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 Dann wird's schwer! Schließt euch an! Schließt euch an! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Und wir bleiben friedlich! Wir bleiben hier! 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 Und wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben Geschichte geschrieben. Die ganze Welt. Genau. Die ganze Welt. Wir haben eine wunderbare Welt gebrochen. Und ich möchte jetzt einfach auch nochmal natürlich die Hymne sagen. Wenn ich sage Frieden, sagt ihr Freiheit. Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Vielen, vielen Dank. Wir sind da mit den Anwälten, dass wir hier eine Lottung finden. Weil das Camp wurde geräumt, habe ich es gehört. Ich hatte so einen kleinen Schlupf, wo es dunkel war. Da war ich gut getarnt. Aber wir sind da mit den Anwälten, dass es läuft. Ansonsten im Mauerpark ist auch gleich noch eine Versammlung angemeldet, wo ich Moderator sein darf. Für so ein wichtiges Friedensfest, wo Kindeshumor momentan da ist. Und viele andere Sprecher sind da. Deswegen bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Sprecht mit der Polizei. Die Anwälte sind dran. Das ist das Allerwichtigste, weil wir wollen keine Bilder sehen, die die Medien dann extra nutzen. Wurde wach und dann hieß es, Nana, wie ist es denn mit nur Rechten zu demonstrieren. Unglaublich. Und deswegen, hier geht es nicht um rechts und hier geht es auch nicht um links, auch nicht um schwarz, auch nicht um weiß, auch nicht um homo, hier geht es um Menschen. Wir haben kein Herz um die Polizei. Wir haben auch keinen Herz auf die Feuerwehr, auch keinen Herz auf die Regierung, auch keiner mehr. Aber es muss was passieren. Und es werden immer mehr Menschen. Immer mehr. Deswegen, mein letzter Wund. Mein letzter Wund. Ihr habt Anna, ein iPhone, ein Cellphone, ich weiß das. Bitte mal die Hand nehmen, wer eins hat. Alle mal in. Wer hat ein Cellphone? Geil. Ich wollte es nur mal spüren, die Energie, dass Sie da sein. Bitte macht Fotos, macht Videos und das muss geboostet werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Freude! Ich danke für die nächste Freude. Sieben! Freude! Sieben! Freude! Dankeschön. Bleibt statt! Applaus Sieben! Wirschen lebendigon, wirschen lebendig, wirschen lebendigon, wirschen lebendig. Ja, 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 dann kommen wir mal mit und dann gehen wir mal hier alle zusammen. Gehen Sie vor? Ja. Gehen Sie vor? Gehen Sie vor? Gehen Sie vor? Ja. Gehen Sie vor? Gehen Sie vor? Nein. Gehen Sie vor? Gehen Sie vor? Wooh! Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Diese Durchsage richtet sich an die Personen hier an der Siegessäule. Ihre Versammlung ist aufgrund einer Vielzahl von Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung aufgelöst. Entfernen Sie sich in Richtung Norden, Süden und Westen. Der Zugang zum Brandenburger Tor ist nicht möglich. Ich wiederhole, Ihre Versammlung ist aufgrund einer Vielzahl von Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung aufgelöst. Entfernen Sie sich umgehen in Richtung Norden, Westen und Süden. Ein Zugang zum Brandenburger Tor ist nicht möglich. Ende der dritten Durchsage, 11.40 Uhr. Wir bleiben hier, Abstand halten! Wir bleiben hier, Abstand halten! Und wir werden, obwohl gestern viel mehr Leute waren, denn heute hat man uns gesagt, die hätten vielfältige Daten haben eingehalten. Wir bleiben hier, Abstand halten! Diese Durchsage richtet sich an alle Personen hier an der Siegessäule. Ihre Versammlung ist aufgrund einer Vielzahl von Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung aufgelöst. Entfernen Sie sich umgehen in Richtung Norden, Westen und Süden. Der Zugang in Richtung Brandenburger Tor ist nicht möglich. Ich wiederhole, Ihre Versammlung ist aufgrund einer Vielzahl von Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung aufgelöst. Entfernen Sie sich umgehen in Richtung Norden, Süden und Westen. Der Zugang in Richtung Brandenburger Tor ist nicht möglich. Sie hat auch eine sehr gute Chance aus cultivation. Oder machen Sie sich umgehen in Richtung Norden, Süden und Süden? Wenn ihr beleidigt oder euch schärt, dann wird sofort das Straftat, darauf weist ihr hier hin, bitte nicht schärzen, nicht beleidigen. Und Beleidigung liegt im Ermessen des Beleidigten, also auch nicht durch diese Worte, und umgedeckt, dass wir es nicht beleidigen. Und über Erfnis haben wir in der Lage, das sind ja nicht. Hier kann man ein Helfenskamerad. So war es Kumpars. Ordnung, Friedlichkeit. Man kann dir helfen. Demonstriere. Dein Chef kann geholfen werden. Ihr könnt wieder zu Rechtsstaatlichkeit reinkommen. Nebeneinander ohne Massen. Wir wissen und ihr wisst, dass dieses Inspektionsschutzgesetz politische Willkür und absoluter Bullshit ist. Es ist kein Grund, diesen Platz hier zu räumen. Außerdem sind wir keine Personen. Hier befinden sich nur Menschen. Ich wünsche euch, dass ihr einfach in Slippern wahre Verbrecher fangen könnt. Und nicht mit ins Bad gehen könnt mit einem guten Gewissen, weil ihr das Richtige getan habt. Und nicht friedliche Demonstranten zu räumen, nur weil die Politik eine Anweisung geschlossen hat. So ein Bullshit! Wir haben so viele... Bravo! Wir halten die Abstände. Es sind genug Abstände zwischen uns da. Es ist grundlos, was die hier tun. Es ist nicht richtig. Seid doch Menschen! Hört doch auf Marionetten zu sein! Achtung! 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 Hier spricht die Berliner Polizei. Diese Durchsage richtet sich an alle Personen hier an der Siegessäule. Wir verbleiben. An diesem Ort ist eine unerlaubte Ansammlung. Entfernen Sie sich umgehend in Richtung Norden, Süden und Westen. Der Zugang Richtung Brandenburger Tor ist nicht möglich. Ich wiederhole. Wir verbleiben hier an der Siegessäule. Es ist eine unerlaubte Ansammlung. Entfernen Sie sich umgehend in Richtung Norden, Süden und Westen. Ende der ersten Durchsage, 12 Uhr 14. Achtung! 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 In totalen Gesundheitsschutz! floppy Aut f tracksion! Viele müssen die Situation zusammenben an distributing sie macht. Vorsicht! Vor r Htttt! Du Fluent! Applaus Applaus Freiheit! 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 Wir sind hier! Wir sind laut! Freiheit und die Freiheit laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Freiheit und die Freiheit laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Freiheit und die Freiheit laut! Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung, ohne Erlaubnis, frittig und ohne Waffen zu versammeln! Jaaaa! Wir bleiben hier! 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 zu Freiheit, Wahrheit und Frieden! Gemeinsam! Alle und beide! Wir brauchen Mut! Hoffnung! Das ist frei! 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 Okay, sie räumen jetzt, sie kommen. Jetzt geht's los. Okay, Leute, ich glaube, die Räumung beginnt. Zumindest mal absperren, weil sie Schiss haben. Ja, so sieht's aus in Deutschland 2020. Schaut euch das an. Nazi-Deutschland 3-0. Also, den kleiner asiatischer Polizist, den hab ich schon im Mai das erste Mal auf Kamera gehabt. Gegen den letzten Persönlich-Anzeiger. Willkommen in Weißrussland! Willkommen in Weißrussland! Schieb mal! Schieb mal! Schieb mal! Was sollt ihr? Na, das wollen Sie nicht. Hinten, was wollen wir da? 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 Hoffen Sie! Wir werden auch noch die Wahrheit erfahren. Hoffen Sie! Jetzt machen wir's, weil die Polizei nicht mehr bezahlt werden kann. Es ist ne Schande, es ist eine Schande. Was hier abgeht, eine Schande! Wir zahlen euch mit 100 Vorgelder! Schande! Schande! Sonst wird das Schlimme, was? Hier, wenn wir uns bezahlen und Sie gehen unten vor, Wir zahlen euch mit ihren Verordnungen! Verbrechern, jeder! Werfen wir das? Ich bin vollgepumpt da mit tausend Kilometer und spiel doch in Macht aus gegen uns. Ja, aber das Stimme ist, die machen mit, die machen sie strafbar dafür, dass sie mitmachen, den Scheiß. Ja, weil die Oberlichkeitshönig sind, alle Oberlichkeitshönig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch seid ihr recht und ich hoffe, es bleibt so. Mein Name ist Rolf Hoffmann, der rechtmäßig die Versammlung angemeldet hat. Der ist in Sicherheit und auch mit Anwälten da, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das wird jetzt geklärt. Und ihr bleibt jetzt alle ruhig und friedlich, so wie ich vor vier Wochen unter dem Bild von Gandhi. Und wenn die Kollegen kommen, dann werden sie sich für euch verbeugen und werden euch auffordern, hochzukommen. Und dann geht, wenn vorher die Aufforderungen gekommen sind, dass ihr hier alle das verlassen sollt. Stellt euch vor, wie lange das dauert, bis dieses alles geräumt ist, wie die Polizei das findet. Und wir wollen friedlich und vernünftig das bringen. Friede! Friede! Freiheit! Friede! Freiheit! So schaffen wir das! Und unsere... Und unsere... Und dann haben die Leute nur 8,8,8,8,8. Und dann haben die Leute nur 8,8,8,8. Wir kommen wegen der Nachlöcher. Das sind wir hier aber nicht. Aber ich würde nicht erreichen, weil ich gehe da nicht. Bleibt bitte ruhig. Sie sind nicht unsere Feinde. Bleibt bitte ruhig. Und da steht просcrit. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Diese Durchsage richtet sich an alle Personen hier an der Siegelszäule. Wir verweilen an diesem Ort durch eine unerlaubte Ansammlung. Ich fordere Sie nochmalig auf, umgehend diesen Ort in Richtung Norden, Westen und Süden zu verlassen. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, begeben Sie sich in den Bereich von polizeilichen Maßnahmen in Form von Identitätsfeststellung und Freiheitsbeschränkung. Ich wiederhole, wir verweilen an diesem Ort durch eine unerlaubte Ansammlung. Entfernen Sie sich unverzüglich in Richtung Westen, Norden und Süden. Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. 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 Die Berufsdage richtet sich an die Person in Richtung Norden, Westen und Süden. Sollten Sie an diesem Ort bleiben, dann geben Sie sich in dem Bereich polizeilicher Maßnahmen in Form von Identitätsfeststellung und Freiheitsbeschränkung. Ich wiederhole, ihr Verbleiben an diesem Ort ist eine unerlaubte Ansammlung. Entfernen Sie sich sofort in Richtung... Wir müssen den Dichter ziehen. Da hinten! Oh, Böse Welt! Böse Welt, ja! Oh oh, es geht noch auf hier. Oh, der wehrt sich. Das schätze ich mir, mein Freund. Nein, das war gerade ganz böse, das war nicht in Ordnung. Björn hier auch noch im Gefecht. Alles am Aufzeichnen mit Handy mittendrin. Jetzt komme ich selber auch langsam ins Zittern. Schieß euch an! An alle Personen hier an der Siegeshöhle. Wir verbleiben an diesem Ort eine unerlaubte Ansammlung. Entfernen Sie sich unverzüglich in Richtung Norden, Westen und Süden. Wir verbleiben an diesem Ort die polizeiliche Maßnahmen in Form von Identitätsfeststellung und Freiheitsbeschränkung nach. Ich wiederhole. Ihr Verbleiben an diesem Ort ist eine unerlaubte Ansammlung. Entfernen Sie sich sofort in Richtung Norden, Westen und Süden. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht sofort nachkommen, begeben Sie sich in den Bereich von polizeilichen Maßnahmen in Form von Identitätsfeststellung und Freiheitsbeschränkung. Ende der vierten Durchsage 12.50 Uhr. Die haben hier immer noch standhaft am Filmen und diskutieren. Jetzt geht's da oben ab. Hey! Nichts gefallen lassen! Alles mal drauf hier. Alles mal drauf hier. Freiheit! 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 Die kl Bengenze nacft. Länger Polizei. Diese Durchsage richtet sich an alle Personen, die an die Lie Lolseule. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht unterzüglich nachkommen, ge hyvä, begeben Sie sich in den Bereich polizeilichsmaßnahmen in Form von Identitätsfeststellung und Freiheitsbeschränkung. Sollten Sie an diesem Ort verbleiben, werden Ihre Identität festgestellt und eventuell Ihre Freiheit beschränkt. Dann können Sie sich umgehen in Richtung Norden, Westen und Süden. Ende der fünften Durchsage, zwölf Uhr, drei und fünf Uhr. Die schieben uns das hier schon, Bergen. Die schieben uns hier ja auch schon. Wir haben jetzt öffentlich-rechtlich hier natürlich klar, Lulis. Sie haben ja Siegestalt. Wir verbleiben einfach im Ort. Wir haben jetzt öffentlich-rechtlich hier natürlich klar, Lulis. Dann laufen Sie sich hoch worden in Richtung Norden, Westen und Süden. Wiederhole. Wir bleiben hier im Ort. Sollte sie sich hoch worden in Richtung Norden, Westen und Süden. Reine Inszenierung, das gibt es ja nicht. Reine Inszenierung, das ist 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 ja nicht. Es ist schlimm, dass man die Grundrechte wieder erkämpfen oder erstreiten muss, vor Gericht zum Beispiel, ja, aber es ist leider so, aber wir werden da weiter standhaft bleiben und immer wieder darauf erinnern, dass wir diese Rechte haben und nicht bekommen. Wir sind Träger dieser Rechte, das muss auch ganz klar sein, wir sind Träger, wir sind Menschen und haben diese Rechte, die werden uns nicht irgendwo von jemandem gegeben, sondern wir haben sie. Wir müssen nicht darum bitten, wir müssen nicht um unsere Rechte bitten. Richtig, wir haben da eine schöne Organisation, erklärt mal, mutigmacher.de, wenn ihr da wollt, dann geht mal auf die Seite, schaut euch das an und dann könnt ihr zu uns überlaufen. Dann könnt ihr euch für Recht und Frieden, Freiheit einsetzen, ja. Und für Recht gegen richtige Verbrecher. Also wenn einem was im Herzen noch drückt, ja, dann geht da hin, schaut es euch an. Gucken tut nicht weh, denn jeder Deutsche hat da Artikel 5 Grundgesetzes, Recht sich aus jeder Quelle zu erkundigen und zu informieren. Eigentlich findet eine Zenzur auch nicht statt und deswegen waren gestern auch nur 38.000 Menschen da, weil eine Zenzur nicht stattfindet. Und weil die Menschen, jeder von Ihnen hat die Familie und hat Kinder oder Freunde und für die stehen wir auch alle hier, für diese Rechte. Und ihr seid eigentlich auch mit uns und es ist eigentlich, sollte gut sein und bald seid ihr hoffentlich alle mit uns. Und wir werden uns anschließen. Ja, ihr dürft ja mit uns und hinter uns herlaufen. Wir haben uns ja immerhin schon mal um ein bisschen bewölkt. Ja, wir haben doch Verständnis, es ist ein harter Job. Und in vielen Situationen sind wir der Polizei auch dankbar. Ganz klar. Eigentlich stehen wir hier hinter euch. Hier ist Friedens Liebe. Ja, mit dem roten Punkt, dann haben wir jetzt auch. Da war ein Punkt, Punkt auf dem Helm. Aber ich habe genug gehört. Ja, der hat die Klagepartner einen richtigen Job haben. Einmal für den Armeid. Platz für den Krankenwagen. Platz für den Krankenwagen. Platz für den Krankenwagen. Die Pfundinnen. Wir sind jetzt in die Pfbaren. Okay? Ja. I do believe we shall overcome some pain. We walk hand in hand. Wir brauchen euch, ihr wart mal bei uns Schutz angetreten. Schutzmann ist es früher. We walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand someday. Oh deep in my heart I do believe. We walk hand in hand someday. We walk hand in hand. We are not afraid. We are not afraid today. Oh deep in my heart. We walk hand in hand. 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 Jetzt werden wir ganz schön zusammengedrückt. We walk hand und可能 das nicht. We walk hand in hand. Zwei, 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 Zwei! Zwei, 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 Zwei! Zwei, 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 Z Die Menschen werden hier zusammengedrückt, die Kerstsituation entsteht. Die Polizei, was wir hier anscheinend haben, hat die Polizei zu uns aus. Mit unserer Polizei aus. Wir werden zusammengewehrt. Von drüben ab und zu hoch. Kommt nicht mehr vorwärts. Kommt wieder. Den Klauchner hat er abgeführt. Das ist mein Ding auch. Beste Freiheit! 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 Das ist nicht die Welt! Z Toten cioèst! Scheisse! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber nächstes Mal dann. Jetzt auch mal einmal. Genau. Achtung, Polizei kommt. Froh, 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 froh. Achtung, die Polizistinnen und Polizistinnen, die mit Sicherheit Kinder haben, so wie ich. Und ich erinnere daran, dass es eine Remonstrationspflicht gibt. Applaus 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 Und ich habe auch die Remonstrationspflicht der Kollegen der Polizei hingewiesen. Und ich bitte Sie auch alle darüber nachdenken. Applaus 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 Bela Rusi Bela Untertitelung des ZDF, 2020